Wenn ich das haben könnte, was du hast, dann würde ich noch länger arbeiten und noch früher aufstehen. Entschuldige Felix, ich bin zu spät, viel zu spät. Und genau das ist auch der Grund, warum in einem gut geführten Hotel nur Homosexuelle arbeiten sollten. Ich kann nämlich keine Kinder kriegen oder sie als Ausrede benutzen, um mich dann wie ein Bantwurm in der Scheiße zu finden. Das ist ein Kündigungsgrund. Ich weiß. Ich habe seit sieben Jahren keine Liebe mehr gemacht. Sieben Jahre? Ein Frau mit Kind lässt du jeden Mann sofort erblenden. Die Bilder, die haben eine Kraft. Und das, obwohl er blind ist. Nein, weil er blind ist. Und das ist das, obwohl er blind ist. Vielen Dank.